Du machst in deinen Videos gerne mal auf, fahrt, ich auch. Aber im Gegensatz zu mir meinst du das erst, deshalb lach ich dich aus. Ja, es ist geschehen, YouTube-Hertz, willkommen, neue Runde League of Legends mit Spitz, Krenia, mir und mit Sturmfeuer95, der ein Feuer entfachen wird auf der Botlane mit Renekton und uns allen lernen wird, wie man spielt. Genau. Jinx, schnell vor Jinx. Jinx. Stands for crazy. Ja, also wir haben drei Legendary Skins. Ja, man, drei Legendary Skins, wir haben gewonnen, man, den Trade haben wir auf jeden Fall gewonnen. Ja, soll ich Dorans Schild anfangen? Ich weiß nicht, ich würde ein bisschen Stoffrüstung anfangen und fünf Pots, Digga. Hä? Brauchst du nicht. Ja, wäre besser, wenn du mit Kloof-Arm fängst. Ich denke mir mal eher Kloof-Armor gegen Riven. Alter, wie geil unsere Silbergrenze aussehen, Digga. So gut, Alter. Kommt zwar alles. So gut. Egal, nächste Season, egal was passiert, nächste Season Platin oder Diamond. Weniger nicht, Digga. Platin oder Diamond. Ich denke mir mal, Diamond kriegen wir noch hin. Guck mal, hätte ich mehr Zeit gehabt, die Season. Ich habe ja einen Monat vor Ende angefangen und bin von Bronze 4 auf Silber 1 gekommen. So, das ist schon nicht schlecht, Digga. Muss man halt mal... Ja, ich bin im Februar auch außer viel gestartet. Ja. Ja, für die Pre-Season, also wenn die nächste Vor-Season kommen, dann werden regelmäßig bei mir Ranked-Videos dann... Ich mache sowieso nur Rankeds. Ja, ja, genau. In der Beschreibung ist nochmal der Kanal zu Nitos Ding da. Nito, du hörst? Ja, zu Nitos Kanal, den keiner sehen will. Aber ich verlinke trotzdem. Lach nicht, man, du Gschnecht. Was, gehe ich als erstes durch? Mein E, ne? Äh, E würde als erstes durchschluss gehen, ja. Boah, was soll ich jetzt nehmen, Alter, Gangreven? Oder soll ich einfach Longsword nehmen? Du, ich würde auf jeden Fall... Ich teste einfach mal Red Pot und... Genau, weil es für die rote Seite entspannter ist. Kind of the big deal. Aber das gibt mir ja Leben und Attack-Speed. Attack-Damage-Manager. Aber drei Legendary-Skins in einem Spiel habe ich auch noch nie gesehen. Nee, aber meiner ist der Beste, Digga. Nee, meiner ist der Beste. Glaub mir, meiner ist der Beste. I'm the greatest. I'm OP? Ja, maaam, ist OP. Ich tanze hier unten. Ganz alleine. Aber das ist echt ein Legendary-Dance, Mann. LOL, LOL, wenn du pinkst, habe ich ein Flash-Zeichen. Oh mein Gott, wenn du pinkst, habe ich ein Flash-Zeichen. Ja, das... Oh mein Gott! Wenn ich pink, habe ich dieses Flash-Up-Zeichen. Letztes Mal hatte ich so Flash-Zeichen bei Minionschüssen. Ich habe AIDS bekommen. Ich mache das, okay, das ist normal. Nur wenn ich den hier mache, dann habt ihr... Oh, hör auf, die Flash-Zeichen zu machen bei mir. WTF. Oh, da passiert nichts, Digga. Ganz normales Ausbruchzeichen. Nur das hier. Das G halt. Ich habe ein Flash-Zeichen vor mir. Alter, so geile Bugs bei LOL, ne? Ohne Witz. Hey, soll ich erst mal mal ein W machen? Am Anfang? Dann eh direkt reinschleudern bei ihr. Hier, wenn sie in Last-Zip macht, eh reinklern bei ihr. Komm mal. Ich will nicht pullen. Warum hilft Brad nicht der Wunde? Nein, schaust du, du hast Schmeid dabei. Du hast Schmeid dabei? Ich traue dich. Hey, don't touch my love. Das krasse ist ja auch, durch die Basic-Attacks, oder die ganzen normalen Attacken, ist der Cooldown runter, ne? Beim E. Also Racker. Oh, so Racker! Bei mir auch beim E. Ja, aber bei dir nur noch eine Sekunde. Ja, das... Naja, das war ja vorher so wie im Teamfight. All der Brains kack. Oh mein Gott, sie ist Half-Life. Und sie ist gleich tot. Oh, wie spooks. Oh. Okay, sie ist tot. Olaf ist so OP, holy shit, Jesus Christ. Das ist so krank, Alter, was der drauf hat, Mann. Die weichen hier gut aus, die Typen. Jax kommt in dem Meter, sei vorsichtig. Also, Brent ist etwas schlecht, muss ich sagen. Brent ist richtig dumm, Digger. Reform. Den würde ich auch nicht ganken, diesen Wichser. Das ist einfach dieser Ego-Huren, weißt du? Oh mein Gott, wie viel CS da unten auf der Lane ist, WTF. Und ich hab zum Beispiel Minions gecampt. Ich hab mir jetzt erstmal Dora ins Blade geholt, damit ich ein bisschen mehr Damage mache. Aber ich find das Riggle Lantern in Season 4 ist so OP. Nicht wirklich. Das ist nur 90 Sekunden, mehr ist es nicht. Nee, das bekommt ne Passiv. Da bekommt man für jeden Minion, also für jeden Wolf-Camp, also den Jungle-Camp, den man slain, bekommt man da plus 40% Gold. Riven ist immer noch Mist. Sie ist Mist. Sie ist eine Mistgeburt. Sie lastet dich, sie ist Level 2. Oh, Jax ist da. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Würde nichts bringen, wenn Jax jetzt da ist, weißt du? Ja, Jax, Fonz, kämpf doch weiter. Ich geh mal weg zu der Blaze, weil ich hab keinen Bock, dass Jax jetzt da ist. Ich hab' jetzt mich... Schlechtesteser Brand. Ja, der Brand ist richtig dumm. Wo läuft der denn hin, Digga, nach Saerbrücken, oder was? Ich könnte mir in einer langsamen Zeit besser so Watt-Canken kommst, weil... Ja, mach' ich da. Alter. Ja, das kann ab und zu mal bei Nito sein, der ist, ähm, oder die Handwerker sind bei ihm. Und bauen seine Fenster ein. Holy shit, Jesus Christ. Olaf ist so broken. Ich will jetzt erstmal... Ich warte auf meinen Rack-Buff. Anker mich, bollend. Revan ist schon wieder weg. Sie levelt nicht, lastet nicht. Das ist die hässliche Müllabfuhr hier. Hört man das doll? Ne. Ja? Gar nicht. Gar nicht. Ich geh jetzt erstmal back wieder. Ich hab 1000 Gold. Riven hat Dora ins Blade gekauft. Also wenn Bran so weitermacht, gehen wir ihn sowieso für Intentional Feeding reporten. Er wird sowieso reported alleine, weil er so rumgetrollt hat. Zehn Sekunden. So ein... Okay, leider nicht. Alleine, weil er uns trollt. Wir sagen, wir sind Primates und wollen das so machen und er hört nicht, Digga. Da haben wir keinen... Gar keinen Bock auf so eine Leute. Ohne Witz nicht. Jetzt hört man die Müllabfuhr, oder? Bisschen mehr? Nein. Okay, lol. Das Fenster ist offen bei mir, man hört das nicht. WTF. Riven hat keine Chance. gegen Olaf. Was willst du denn hier, Jax? Oh, guck dir, bro, dann meine Fresse. Was für ein Hurensohn. Oh mein Gott! Der True Damage-Schaden! Jesus Christ! Oh mein Gott, ich mach Jax so zur Schnecke. Er ist hier oben. Ich hätte ihn fast auch noch getötet. Oh mein Gott, Olaf-Rework-OP, Junge. Das ist Ability-Rework auf jeden Fall. Einfach Ulti angemacht und dann hab ich ihr gegeben, Dinger. Aber richtig, hab sie so mies gefistet, ne? Mann, warum verpasse ich alle Last Hits? Mann, ich hab 800 Gold. Ich geh mir Dings holen. Top is miss. Olaf ist broken. GG, Digga. Ich komm schon an mein erstes Item grad ran. Abortlane kann ich jetzt schon wieder nicht ganken. Ich kann eigentlich gar keine Link ganken. Bei mir brauchst du nicht ganken. Farm einfach deinen Jungle-Tod, Digga. Das ist sowieso. Toplane ist gerade so gewonnen, einfach. Ich hab der Riven, die hat keine Chance. Sie hat schon wieder Red Pot, Digga. Sie kauft, anstatt sich Clove-Armor zu kaufen. Okay, es bringt nichts. True Damage ignoriert einfach Armor, ne? Digga, Alter, der Hurensohn Brand, Mann. Ich wusste das. Ich wusste, dass das passiert. Das ist Level 6. Das ist Level 6. Oh, ich zerstückele, Riven. Zwei True Damage-Shits und sie ist nicht mal mehr Half-Life, Digga. Das ist übertrieben, Olaf. Get on the Pain-Train. Da ist du ihn. Good Job. Aber egal, du kriegst ja Shutdowns dann, ne? Ich dive jetzt. Also, ich geh sie gleich im Tower kicken. Mir ist egal. Ich fix sie gleich im Tower. Weil sie kann mich ja sowieso nicht stun, wenn ich mal ne Ulti habe. Wenn Ragnarok aktiviert ist, kann sie nichts machen. Oh, Mann, wie der Schlag. Hast du gesehen? Ja. Hast du das gesehen, Junge? Das ist so krank, Alter. Hast du jetzt die eh schon komplett oben, oder? Ja, jetzt habe ich sie komplett oben. Hier kann sie nichts machen, ne? Nö, kann sie auch nicht. Gibt es eigentlich irgendeinen Counter auf Olaf? Timo? Nein, ich... Ja, Timo vielleicht. Boah, ich zerfleische hier oben so krass, Mann. Olaf ist so broken. WTF, dieser Champion ist so broken, Mann. Jesus Christ. Boah, Jax kommt einfach hier her. Alter, ein E auf Jax, Junge. Alter, das ist so hart, Mann. 320 Damage ungefähr? Nein. Genau 300 True Damage, Digga. Genau 300. Ich könnte locker gegen ihn fighten, obwohl er Red Pot hat und ihn kaputt machen. Ich meine, Red Buff. Wie gesagt, Olaf ist broken, Digga. Das ist einfach... Jetzt habe ich gleich Brutalizer. Ah, jetzt habe ich Brutalizer schon fertig. Dann hole ich mir ein bisschen Leben. Ah, Brutalizer. Shit, ich kann doch kein Leben holen. Ähm, dann mache ich so. Ja, dann kaufe ich noch einmal das. Ein Pot und dann geht es wieder auf die Lane. Also Riven hat keine Chance. Ich mache ein E und sie verliert fast die Hälfte ihres Lebens mit einem E. Und guck mal ihre Items an, Dinger. Guck mal meine Items an, guck ihre Items an. Guck mal Riven ihren Farm an. Ich habe 30 und ich habe 77. Oh, Jax ist bei dir, ne? Kriegst du den weg? Ja. Ich bin da und sie ist sofort weg. Sie kommt zu dir, ich komme mit. Lass sie mal ziehen, Digga. Nee, nee, ich habe kein Ultimate mehr und habe 100 Leben. Okay. Ich schaffe es noch. Ja, ja, locker. Bis dahin schafft sie es niemals. Sie farmt ja auch nicht, die Riven, ne? Sie steht einfach nur irgendwie da hinten. Ganz weit hinten und macht gar nichts. Leute, ich glaube die wechseln. Ich glaube Six kommt jetzt top gleich. Du willst Riven noch feeden. Ja, das Problem ist, der ist... Ja, Riven kannst du nicht mehr feeden. Was macht denn Brand noch an Gold? Gar nichts. Problem ist aber, wenn ich Six top habe. Aber Riven geht nicht... Sie ist nicht top. Six ist schlecht, man. Sie verliert so viel EP, ne? Komm mal. Sie musste sich wegflaschen. Komm mal, komm mal mit, Renekon. Ich komme, lass mal auf den Kleingehen. Ich will auf diese Rackchen gehen. Ich will auf diese Rackchen gehen. Easy, die beiden. Jax können wir auch noch ziehen, wenn er Bock hat, Digga. Lass ihn mal machen hier. Oh, war der Tristana. Ah, du hast noch Ulti, ne? Nein. Olaf ist OP, Junge. Jetzt habe ich Ulti. Warte, dann Tau gebe ich einen Hit. Zwei. Komm, wie ich mich vollrecke mit der Passiv-VW. Und dann noch mein 6% Runen-Lifestyle, Alter. GG, easy. Oh mein Gott. Die Bundeswehr ist da. Die rollen mit Panzern an, Digga. Nein, nein, nein. Ich brauche noch ein bisschen Gold. Ich brauche noch ein bisschen Körner. Prent ist so ein Huren-Zone. Prent ist so ein Huren-Zone. Ok, ich habe meinen Heal jetzt noch nicht wirklich gemaxed, ich weiß nicht, ob ich davon komme. Oh, what? Nein! Sie hat so ein Glück, die hässliche Fotze. Die Axt über die ganze Map, Digger. Ja, ja, ja. Durch GB. Alter, 18% Lifestyle und 70% Attack Speed, wenn ich meinen W anmache, für 6 Sekunden. Geht nicht noch nicht. Also, wir nötigen Post-Helpe. Ja. Braucht ihr ein paar Hilfe, Digger? Oh Mann, Alter. Soll ich mir Rando ihn holen lieber, oder Wormax? Ich überlege die ganze Zeit, Wormax zu holen. Wie geil, dass ich jetzt gerade so tausend bin. Ja, ich höre, dass du kriegst. Du kriegst gerade wieder tausender Ping. Internet geht wieder ab. Ist dein Bruder da, oder? Nee, jetzt. Ambieter selbst kackt jetzt wieder mal ab. Ok. Ja, aber jetzt geht's wieder. Jetzt leckst du nicht mehr. Achso. Oh, Alter. Ja, chill einfach. Das geht schon. GG. Tausender Ping. Ich bringe der Win mit. Hm? Ich bringe der Win mit. Ich mach' den Turret top. Also, Brian ist so hässlich. Hat Legendary Skin, aber kann den Champion nicht ansatzweise. Unser Schlitt 07. Ja, ich reporte ihn auch für Assisting Enemy Team, ohne Witz. Wo ist Jacks eigentlich, Digga? Der war noch nie oben. Jacks traut sich nicht gegen dich, nach oben zu kommen. Warum? Ja, einmal war er top, wie du gesagt hast, der hat den Fasker klatscht. Oh, nice. Der Blue ist ab. Den nehm' ich mir mal. Ich dachte auch, Olaf ist broken. Olaf ist richtig broken, man. Der ist sogar noch brokener als Riven. Anfang beim Riven hast du ja gesagt, das ist scheiße. Ja, ich hab' mir das nicht richtig angeguckt, weißt du so. Ich hab' mir durchgelesen, für mich klang das so nach Nerf, aber dass der True Damage jetzt skaliert mit dem AD, das ist ja mega OP, Junge. Ja, trotzdem, die da. Du kannst so lang fahren, Digga. Solange ich nicht auf der Lame bin und CS verpassen würde, kannst du... Ah, ich wurde geshatternd. Warum mach' ich eigentlich meine Oishima-Klinge nicht an, Digga? Ich vergesse das immer wieder. Der Muschia-Klinge. Oh, nee, Muschi. Na, egal, ist ja nicht so schlimm. Ich kann auch mal sterben. Get on the pain train. Ja, Jax ist schon witzig. Level 9 und ich bin schon Level 13. Oh, Brand ist so hammermäßig gut, Digga. Komm mal in die Mitte, Digga. Die Mitte braucht Hilfe. So, ich hab' wahrscheinlich... Schon vorher, geh mal in die Mitte, ich muss so lang... Ja, geh mal in die Mitte. Ich muss so lang Botten da jetzt. Ich weiß nicht, da gibt's so einen Bot, der... Kannst du einstellen, dass ein Gegner so lag-verzögerungen kriegt. Ja, ich benutze die Mütze auf mich. Wir sind jetzt alle SS gegangen. Ich komme. Komm mal rein, in die Mitte, Leute. Ich hab' schon wieder meinen Ghostblade nicht angemacht. Digga, du hast deine Ulti geballert. Wow! Aber ich lag hier in LoL for no reason. Ich hab' 30er Ping, aber... Es verschiebt sich alles. Du musst mal dein... Dings mal kontrollieren lassen. Mit was gehst du? Über WLAN? Ja, dann ist kein Wunder. Wenn du über WLAN gehst, was für eine Leitung habt ihr? Acht endet. Acht... Ja, ist ja normal dann. Das ist normal, dass es deine Leck, Digga. Du darfst nicht über WLAN gehen. Du musst über LAN verbunden sein. Und du bist exekcuted. Das ist doch gut. Der Champion ist so broken, man. Das Olaf ist so übertrieben stark. Das ist unglaublich. Trim auch. Ja, Trim ist sowieso... Allein der Slow mit dem Coup, das wurde ja auch geändert. Okay, Leck's auch. Hä? Leck's noch? Ne, Leck's dann vorbei. Der ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht so laut, Digga. Die sind... Nur wenn sie dann bohren, das ist schon ein bisschen hässlich. Oh man. Auch die Skilled-Items von Rind und alles. Echt krass. Jetzt kommt Jax hier runter noch mit. Ne, ne, Ola. Du stirbst, du Hundebo. What the fuck? Hm, ja. Morgen. Das Star-Kam-Dohro, oder? Ja, die Hull-Farm mit. Die kannst du noch grad schon für Triple. Der Jump-Ready. Ist auch irgendwie so ein Noob-Adeck-Zinn. Ja, das ist... Ich mag allgemein trotzdem die Champions, die irgendwie so was zum Wegjumpen haben. Also so wie Riverend oder so wie Nasus mit dem Weh und dann einfach schnell wegrennen und so. Das gefällt mir halt, so eine Champs, weißt du? Haust du sie jetzt alle tot? Ist aber nicht nett, ne? Ist sehr sittenwidrig, Digga. So. Haha, Jax hat dich genotzt. Genattert hat er dich. Ist sowieso nicht rausgekommen. Die gehen nicht all that's top, weil sie wissen, dass sie sterben. Naja, Olaf ist OP, Digga. Blue müsste gleich wieder ab sein. Ja, Blue ist ab. Ich nehme mal Blue von den Enemies. Leck am Wirt, und du magst Panther. Braucht keinen Panther. Ich brauche Blue, Digga. Braucht keinen Panther, Junge. Ich brauche Blue. Oh, da ist Riverend und so Raka, Digga. Der macht Dragunas. Dragunas. Das Geile ist, wenn man mit so einem Low-Level spielt, dann hat man auch so schlechte Gegner. Das ist das Geilste daran. Oh, oh. Oh, oh. Boah, wie sie alle zu mir flashen! Boah! Digga, drei Ultis, Digga, und drei Flashes gezogen. Das ist echt hart, Digga. Dann nicht mal 500 Gold dafür bekommen. Ja, Mann. Boah, soll ich randue ins Sunfire Cape, oder soll ich... Malet, Alter, hat drauf geschissen. Frozen Malet ist mega OP. Auf Olaf. Ich glaube, sogar so mit das OP ist, Digga. Goa, Brand, Digga. Ich mache, lieber Red. Wie sie alle flashen, Digga. Wie sie aber auch alle flashen, Digga. Den gebe ich keinen Kill. Der Freund hätte mir auch mit zwei Mal Kill gespielt, der Arsch. Hilft ja auch noch nicht mal, weißt du. Brand ist zu gut, Digga. Sie haben sich gar nicht laulatet. Wie bist du denn? Das sind doch auch die... Das sind immer die Leute, die immer schreien. Sie wollen irgendwo hin. Und dann am Ende... Siehst du, was mit der Lane passiert? Loosen. Das ist immer so. Und du kannst... Nicht weiter weg bewegen. Aha. Mediposition. Du kannst die snipen. So. Das ist keine Hälfte. Ich habe eine Ulti geused auf diese Position und du gehst einfach weg damit. Du scheust ja auch alle weg. Das war natürlich gut von mir. Er ist Teamplayer, jo. Double Kill. Bitch. Willst du nicht 6 killen, noch? Ich habe keine Ulti mehr. Angsthase. Oh, jeder. Ja, Baby. Come on, Baby. Give me Honey. Ach, komm. Tristana. Du bist wieder irgendwo da in der Ecke. Oh, ich bin gleich. Ich kann euch wieder rein. Komm, pushen. Botlane. Ja, komm mal. Wir machen wir uns gepusht, dann wissen wir nicht, wo sie hin ergeben sollen. Tristana kam wieder und hat sich geholfen. So ist es war eingeschraubt gewesen. Oh, ich bin voll der. Jetzt kommt der, die Radkete. Oh, voll in die Fresse bei ihr. Hau sie tot, die Nottel. Oh, ein Hit. Hau sie hin. Hau ihn tot. Oh, er hat Red Buff. Er ist geslowed, Dinger. Den kannst du machen. Autsch. Das tut weh, Dinger. Das tut weh, der Hit, Alter. Ich glaub's auch. Das ist voll kacke, Dinger. Jedes Mal, wenn ich so einen auf Killer machen will, kommen auf einmal alle auf mich. Flaschen alle auf. Ja, alle flaschen zu mir, Dinger. Drei Leute sind eben zu mir geflasht. WTF, Mann. Geht's noch? Nicht gut. Aber der ist echt gut, Brent. Der hat den Skin reglich verdient, Mann. Auch wenn man einen Skin eigentlich kaufen kann, ohne dass man dafür Skill braucht. Man braucht das eigentlich nicht, aber so ein bisschen ansatzweise sollte man doch schon sein Champion können, aber Brent ist ja... Jo, wenigstens die Leiden etwas gewinnen mit 1, 2 oder so. Ja, oder wenigstens guten Farm haben, aber er hat ja nichts von all dem. Er hat fast doppeltes Farm. Und jetzt doppeltes Farm von mir. Und jetzt kommt der Legendary Skinfight. Ich hole mir Blue. Ich füße dich nicht mehr. Ja, ey, äh... Nee, nein, er hatte Blue. Du hast den genommen. Warum hat der einen Q drauf gemacht? Egal, du hattest den trotzdem genommen. Naja, ich brauch kein Blue. Ich benutze sowieso nicht so viel Mana. Lass mal Dings machen. Wut. Okay, warte, komm, lass mitgehen, komm, 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 komm. Es ist Tauer. Du hast du mal gegen Riven gespielt. Du hast du gegen Riven gespielt. Wir diven sie, Digga, hab ich gehört. Ja, Mann. Ich hab kein Ultima, Digga. What the fuck? Digga, wieso überlebt die alles, diese Hure, Mann? Das regt voll auf, Alter. Das regt richtig auf, wenn so eine Nerds überleben. Spitz haut denen einfach die Scheiße aus dem Buddy. Komm, Jinx, mach Crawdra, Digga, mach Penta, Digga. Was gemacht? Warum läufst du weg, Renekton? Bleib drinnen, Mann. Mach dein Weh an, stun die Fotze, dann hau die kaputt. Nein, das ist doch gut so. Nein. Die Rakete immer, Digga. Boah, wie gut der Brand ist, ne? Scheiße. Aber Brand ist schon heftig, der hat's drauf, Digga, auf jeden. Jax ist auch übertrieben, ja? Der Skin ist so hässlich von Jax. Den ziehst du locker, mach ihn einfach. Bleib einfach stehen, Jax, und mach Autohits. Mach einfach Autohits. Wenn ich noch nöchst. Er sprach aber mal, der Noob-Jax. Sei Jax, ne Pro! Ich kann nicht... ...chasen, anstatt zu helfen. Dankst du schon, YouTube, wir sehen uns wieder, bis dann, tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.